und da sind wir wieder mit dem modus outbreak keine ahnung was das ist aber wir machen es mal wieder mit schimkana autos schon wieder ich weiß nicht was das ist warum ich weiß nicht was der modus bedeutet wir werden es ja jetzt hier ich habe jetzt auch keine strecke irgendwie ausgesucht natürlich erschießen natürlich nein wir laufen als roboter rum und müssen autos kaputt machen so sieht es garantiert da bist du da bist du infizieren nein einer von uns wird dann wohl infiziert so wette ich wette er war so klar so einfach so klar aber es voll geil infiziert zu sein warum alles so grün oder was ja und alter kann so geil dürften und so ist ja voll porno driften kann man sowieso gut ich nicht das liegt jetzt alles am infiziert natürlich das ist glaube ich ein anderes auto alter was mache ich denn hier nein du fährst immer noch deinen tollen super echt stimmt hast recht du machst auf jeden fall was lustiges jetzt musste ich so lachen dass ich jetzt auf der seite lieg nein jetzt bin ich über dich geflogen willst du mich mal rammen nein klappt man nicht hatte ich eigentlich nicht geplant und ich fühle mich auch irgendwie sicherer wenn ich dich sehe mama fuck it oh scheiße ich hab mir das gewinnt das macht mir spaß du will ich nicht fahren kann oh ja genau deshalb ich kann es jetzt gerade auch nicht wirklich besser ich hab keinen plan wo du bist das macht mir irgendwie ein bisschen angst guck mal hinter dich halt okay ja hättest du echt mal tun sollen was denn wir einspiele spielen ja jetzt weiß ich wo du bist das war Fehler ja oh gibgitkarre ist schon gut das ist schon gut das deutlich stärkere auto zu haben das war nicht gut das war nicht gut haha 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 ich hab schon 2 minuten noch 2 minuten 30 da ist er ja das ist nicht so toll da ist er ja ja okay was na okay oh fuck oh Liga ja ja hihihi hihihi danke für die netten gesundheitswünsche die sterben hihihi 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 uuuuuh das war jetzt grad dumm von mir so hier rum zu springen hihihi kipp kippkarre ich nehm natürlich nen Pfosten mit hihihi Ja, war mir so klar, deshalb fahre ich da ja lang. Nein! Damit ist das Spiel verendet. Alter, ey! Ui. Jetzt hast du das auch noch gewonnen, deswegen. Was? Weil du länger infiziert warst, oder was? Nee, weil du mich infiziert hast, hast du gewonnen. Jetzt ist ja auch irgendwie sinnlos so zu... Zu zweit. Aber es ist lustig, so zu jagen. Ja, ich bin Ruf 2. Das machen wir noch. Diesmal bist du und holst mich sofort. Wahrscheinlich. Ich hab das Schwitze gehabt. Ja, bis denn. Bis gleich.